Hallo, hier ist der Martin von Wannemankees, das ist die DAX-Analyse für nun, Freitag den 23. Juni 2023 und nachdem es unserem DAX relativ schlecht ging die ganzen letzten Tage und er sich wirklich auch zum Donnerstag wirklich auch dezent übergeben musste, haben wir ihm ein Bierchen hingestellt. Am frühen Morgen um 10 Uhr Bierchen hingestellt, macht die Welt wieder vollkommen in Ordnung und unser DAX konnte wieder ein bisschen nach oben klettern, wir hatten uns gestern vorbereitet, haben über noch fehlende Beschleunigungsmöglichkeiten gesprochen, ich denke die haben wir gesehen, viel mehr muss gar nicht kommen, also das ist durchaus das was gemeint war, dass der Markt beschleunigt, so gesehen jetzt ein Exhausting Gap geworden, der Markt hat überreizt nach unten, hat das aber nicht halten können, ist zurückgeschnellt, hat das Gap zugeschlossen. Kann auch durchaus jetzt sowas kommen und wenn es auch nur eine kleine Zwischenspritze wird, bevor dann Anfang nächster Woche hier nochmal reingetreten wird, aber auf jeden Fall hat er gegen gehauen. Wir hatten gestern gesagt, typisch für den Donnerstag wäre irgendwie hoch, 16,70, dann einmal hier runter, irgendwie 49, bisschen tiefer noch, die Leute einfach verunsichern, alle in die Körer treiben, dann grüne Stundenkerze setzen und wieder die komplette Rutsche zurück. Das ist gekommen, das haben wir gesehen, wenn auch deutlich tiefer als erwartet, also 8,11 hätte ich so für einen Donnerstag, also hätte ich nicht unterschrieben unbedingt, als mögliche Umkehrstation, hat ihm aber offenbar geholfen. Also hat er jetzt hier, ich glaube hier auch noch ein Gap zugemacht, das Gap zugemacht, das Gap zugemacht, ist damit nur noch das hier unten offen im Bereich um 705. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja, das ist noch offen und ja, aber es steht erstmal gut, er hat nur eine gute Bewegung von der Bewegungsentfernung, naja, wir können mal kurz ziehen, lässt sich jetzt mit bloßem Auge schlecht erkennen, normalerweise zieht es immer gar nicht mehr die Fibonacci Retrace. Naja, doch, 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 76% auskorrigiert von der Bewegung, aber leider noch zu schnell, also jetzt schon zu sagen, das war es jetzt schon, wäre mir noch zu früh. Und dafür bin ich als technischer Analyst in der Pflicht, ja, auf beiden Seiten die Risiken, euch aufzuzeigen. Hier kann man jetzt sagen, es ist definitiv ein attraktives Level, was angelaufen wurde, was auch für eine Trendumkehr reichen kann. Ich würde aber trotzdem mal in der Hinterhand behalten, dass es ähnlich wie in der ersten Welle werden kann, dass wir vielleicht am Freitag tatsächlich eine Erholung sehen und dann gegebenenfalls aber noch mal nächste Woche schwach einstarten. Also das möchte ich nicht ausschließen. Das können wir aber am Montag auch sehr, sehr, sehr gut dann eingliedern, ab wo wir dann einer schwachen Woche folgen und ab wo wir eher einer starken Woche folgen. Das schauen wir uns dann am Sonntag für die Analyse zum Montag an. Jetzt soll es erstmal nur zum Freitag, um den Freitag gehen und ich denke mal, so wie der Donnerstag unten aufgetrieben hat, hat er mit Sicherheit einige aus den Longs rausgehauen. Mit Sicherheit und Garantie auch wirklich Leute auf Short richtig geil gemacht, die dann irgendwo bei 8.30 erkannt haben, hey, der Markt fällt ja diese Woche, ich bin gar nicht Short drin, jetzt starte ich doch aber mal, jetzt ist doch der Markt schwach. Der Martin sagt doch immer, folge der Schwäche, geh Short in der Schwäche und haben dann hier wirklich im absoluten Übertreibungspeak noch Short reingehauen. Garantiert sind da einige mit dabei. Das ist immer so, das macht der Markt auch extra so und ansonsten wäre er auch nicht so schön zurückgekommen. Und die kann ja jetzt alle zum Freitag noch ein bisschen ärgern. Das heißt, sollte unser DAX zum Start vielleicht nochmal so 9.60, 9.40 aushöhlen, ein bisschen schwächer reinkommen. Ich sag mal im Zweifel auch eine 900 und im Extrem wäre sogar noch eine 8.80 vertretbar zum Ausholen, aber wäre mit zu tief. Ideal Freitag, um die Leute richtig hier im Zugzwang zu halten, wäre runter, 9.40. Na, dann aufdrehen, neues Hoch über 16.4 setzen und dann, ähnlich wie wir es in der Vorwoche hatten, einfach wieder drüber rein in die 100. Ja, 1.30, vielleicht sogar noch ein Schnaps drüber. Ja, 200 wäre auch attraktiv, wäre aber für den Freitag schon ganz schön viel gegriffen. Aber das wären jetzt die Bewegungsziele, wenn unser DAX das jetzt hier fortsetzt, ne, so wie ich es mit der Maus abfahre. Das wäre ideal für einen Freitag, so wie der Donnerstag sich gestellt hat. Sollte der aber gar nicht den Eindruck machen, dass er irgendwie auftreten will, bitte auch nicht Long verkämpfen, ja, also nicht dann wirklich den ganzen Tag nur Longs probieren. Das muss man sehen. Man muss sehen, dass er dann lieber einmal zu spät, das ist wie mit meiner grünen Stundenkerze hier, Donnerstag, ne, wie oft erzählen wir sowas. Warte da, wenigstens eine grüne Stundenkerze ab. Wie viele stehen dann da und sagen, ja, jetzt ist doch die ganze Bewegung schon abgelaufen. Aber wenn du hier einsteigst, dann bist du halt mit dem Trade, es läuft halt auch einfach anders dann. Wenn ich so einen Trade schaffe, natürlich ist das vom Subloss-Verhältnis dann, also es ist nicht so attraktiv, wie wenn ich irgendwo hier 10 Punkte Subloss haben kann. Aber der Trade läuft mir doch ganz, ganz, ganz anders aus der Hand, als wenn ich von oben komme, die ganze Zeit an 8, 9, 10 verschiedenen Stellen die ganze Zeit Long dagegen klopfe, einen Stop-Loss nehme, von dem ich noch gar nicht weiß, wo ich ihn überhaupt platzieren kann, weil der Markt sich ja aktiv noch nach unten bewegt. Das heißt, ich lege den Stop-Loss unten irgendwo hin und dann wird er gerade so abgegriffen. Der Markt sticht wieder nach oben, dann denke ich, oh, jetzt hat er mich noch ausgestoppt. Dann gehe ich wieder Long, lege den Stop-Loss wieder unter das Tief, der Markt kommt wieder runter, drückt mir wieder einen Stop-Loss raus. Das tradet sich scheiße. Also ich finde es einfach so einfacher, mit der Bewegung mitzutraden und dann eben auch die entsprechenden Signale abzuwarten. war hier eben nun auch, die grüne Stundenkerze hat dann Signal gegeben, auch wenn da schon viele Punkte ins Land gelaufen sind und das für viele immer unteraktiv wirkt und die sich da deswegen nicht auf sowas einlassen. Aber es ist halt einfach, einfach zu traden und es funktioniert. Es ist nicht so, dass man damit kein Geld verdient, aber für die Leute ist es dann immer, naja, kann ich jetzt hier nicht Hebel 5000 nehmen, ne, mit meinem K.O.-Schein, weil da sind ja dann schon 100 Punkte und dann machen die das nicht. Gut, muss jeder für sich selber finden, braucht man auch nicht doll lange auskauen. Und mir ist wichtig, dass er für den Freitag hier im Auge hat, der kann oberhalb von der 16.000 Richtung 100, 1.30 und sogar auch noch Richtung 200. Und ansonsten haben wir unten noch eine 8.85, die ist noch attraktiv, als kleine Bündungschance nach oben und alles unter 8.80, würde ich ganz klar sagen, hat dann für mich Bewegungstendenz Richtung 7.50, 7.35 und vielleicht Bonus 7.5 Gap Plus hier unten. Und dann sind wir komplett da oben auf der Unterseite, können wir nächste Woche dann umdrehen und auf der Oberseite die ganzen Gaps zu machen, ja. Wocheneröffnung, von der Vorwoche behaltet das auch ein bisschen im Hinterkopf. Das könnte für einen Wochenschluss gegebenenfalls relevant werden, falls er einen bärischen Engelfink bauen will, haben wir einen Bereich um 16.10. Ja, das heißt, um das Engelfink zu vermeiden, muss er deutlich höher. Wocheneröffnung war im Bereich 2.79. 1.70 wäre sogar erreichbar zum Freitag, wenn er richtig sich Mühe gibt, aber ich würde, also ich würde ihm einen Short gehen, ne. Wenn er sich oberhalb der 16.000 bewegt, würde ich einen Short gehen, der hat hier schon ein bisschen Freifahrtschein. Ob er allerdings die Woche auf Grün gibt, mag ich ein bisschen zu bezweifeln, man sollte ihm was nie sagen, aber das würde ich da tatsächlich ein bisschen anzweifeln. Ich würde mir eher vorstellen, dass er vielleicht in dem Bereich dann hier aus der Woche rausgeht, ja, wenn er sich positiv zeigt und sich von 9.70 hoch, 9.40 hochdreht, genau. Und ansonsten unter 8.75 Risiko, ganz klar, weitere Tiefs nochmal drunter, 7.50, 7.35 und 7.5 dann als Zielstation. Ich wünsche euch Spaß, schönes Wochenende schon mal und dann hören wir uns am Sonntag wieder für das Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.